4, 3, noch 2 Trainieren, schwitzen, quälen. Personal Trainer Ghazia Wakti trainiert seit 4 Wochen die 35-jährige Damaris Yassi. Bis Juni will sie 10 Kilo abnehmen, um zur Hochzeit ihrer Freundin in Topform zu sein. Die Zeiten von Rauchen und ungesunder Ernährung sind deshalb vorbei. Doch wie viel Abnehmen pro Woche ist eigentlich gesund? Also in der Regel sagt man, 500 Gramm sind gesund in der Woche. Und ich will auch die Leute nicht zu sehr unter Druck setzen. Generell ist es natürlich besser, wenn man ein bisschen häufiger kommt, zwischen 3 und 4 Mal wäre optimal. Wenn es aber nur ein, zwei Mal ist, ist es besser als kein Mal. Und so sieht dann eine komplette Übungseinheit aus. 4, 4 und 1 noch. 5, 3, 2, 1, 5. Abnehmen, der Rest zum Rechts LG. Komm, und Seite Grau. Runter. Genau. Und am niederlanden we Embassy. Jetzt gibt es wieder. So und jetzt ist das interessante. Komm, da Hurry 1, sehr schön. 2, Ausatmen bis 3, 4, 1, 5. Untertitelung des ZDF, 2020